Ich muss mich jetzt an Nora richten, Timo fiesten hier. Vergiss es, Xan. Doch. ist doch Nora ist rein hier Nööööööö Echie Batsch Echie Batsch Echie Batsch Tuck Amarillo liegt im Waschraum von oben kam eben kurz Dragon Den hatte ich gesehen, kamen von oben, als ich im Lager stand, keine Ahnung. Ich kann Walebraus nehmen, Wale kamen von rechts aus dem Auditorium. Wo komme ich denn jetzt bitte von oben? Ich bin gerade hochgeladen. Wo soll ich denn von oben kommen? Ich stand mit Flauschi im Lager, dann kamst du von oben ins Lager rein. Achso, oh Gott, das war doch noch ganz zu Anfang. Alles gut? Wenn ich jetzt sterbe, wissen wir, was ich bin, wenn ich jetzt sterbe. Es gibt keinen Attentäter, Nora, schau auf mich. Okay, gut. Ich erzähle mir das Gefühl gestern. Wenn der Attentäter mich jetzt tötet, dann war es der Mann. Nora, wir wissen warum, wenn du aus der Rüst umkippst, dass du so eine Rüst. Aber wenn du jetzt stirbst, dann ist das Skill-Istier, Nora. Ganz ehrlich. Nicht gezählt. Ich weiß nicht, wir lassen keinen Witz auf. Ich weiß nicht, wir lassen keinen Witz auf. Wenn ich jetzt aus der Rüstung rauskloppe. Hey, warum, Trey? Warum ich? Warum ich? Warum ich? Warum ich? Ich kapier gar nichts mehr. Nora können sie verstecken, ich glaub die ist böse. Irgendein Hauptziel heute? Ja, dann musst du hinten noch sterben. Die ist doch wieder hier drin oder? Aha! Wie sie Angst hat, da war Nora. Die holen uns. Die holen uns. Okay. Hexenjagd. Die sind doch Kiste oder? Komm ja raus. Warum ist die hier drin? Nein! Nein! Wir haben Nora in der Kiste eingestellt. Ich will nicht sterben. Ey, wer von ich beiden hat... Hä, wer von ich beiden hat die sabotiert? Hä? Die Predigt der Person würde ich schätzen. Ja, aber er hatte ja drei, ne? Mhm, zwei Personen mindestens. Was ist passiert? Ich bin nicht derjenige zwei Personen. Ich hatte dich perfekt eingesperrt mit den Targets. Und dann warst du nichts. Okay. Ich war grad selbst überfordert. Das kam grad... Das kam zuvor. Er war einfach so lucky. Er wäre gestorben, wenn ich... Was hier passiert? Na, ich hab Nora gekühlt. Naja, ein bisschen was. Das Traurige ist. Ich hab überlegt sogar noch, was ich dracken und töten soll, aber dann war er schneller. Äh, was? Wer hat auf, äh, äh, Walip gevotet? Äh, hi, ich war Prediger und ich hab ihm die Macht gegeben und dann war er... Aber der musste... Du hast, du hast Walip Prediger gegeben? Hm? Du hast... Ja, also scheinbar hat er sich selbst gewählt, weil er... Ich hab wirklich skippt. Nur Joke. Ich hab wirklich skippt. Dann frag ich mich, wer die... Dann frag ich mich, wer die... Dann frag ich mich... Welch... 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 Du bist so scheiße froh.